Also, zum Beispiel das ist so häufig für den Körper. Ihr dürft diese Süßigkeit aber nicht immer essen. Ihr müsst auch mal zu was Gesundes essen, zum Beispiel wie Salat. Ja, und zum Beispiel das darf man nicht so jeden Tag essen. Das ist sehr süß für den Körper und für die Kinder. Und ich finde gut, dass wenn die Leute hier mehr gesündet essen als sie. Und zum Beispiel die Pompons, die darf man nicht so oft nutzen. Und dann darf man nicht so jeden Tag die Pompons kaufen. Und noch viel Schöpfchen kaufen. Dann wird die Zähne noch viel Schöpfchen. Dessen und Tü und Bier, das ist ja nicht. Man kann ja auch was saueres essen, aber nicht viel. Sauere ist nicht so viel, aber es ist schon so ein bisschen fett. Also, dadurch kann der Kürzler gleich so gekannter Blüten oder guter Blüten werden. Also, hier ist es gut, dass man mehr Gemüse essen kann. Damit ist der Beitrag für immer. Und das wird schon immer sehr gut. Und das wird es schon einmal verdient.